Das hat mir zum einen Motivation gegeben, weiterzumachen, weil ich dann durch diese Erfolgserlebnisse, die ich plötzlich bekommen habe, gemerkt habe, okay, wenn ich lerne, dann gibt es mir auch ein total gutes Gefühl, weil ich weiß, das Ergebnis wird was Gutes sein und das lohnt sich auch. Ich gehe auch seitdem mit einer ganz anderen Einstellung in die Schule und weiß, dass ich das nicht für die Lehrer mache, sondern dass ich das für mich mache und dass ich die Leistungen erbringe, weil ich es will und nicht, weil jemand anderes es bei mir verlangt. Das Coole auf unserer Schule ist das innovative Lernkonzept. Was ich hier sehr schätze, ist, dass die Lehrer uns immer auf Augenhöhe begegnen. Hier behandeln sich alle mit Respekt, auch die Schüler untereinander. Herzlich Willkommen bei unserem sozialwissenschaftlichen Gymnasium Mariano. Das Mariano gibt es schon seit über 100 Jahren und unser S-G schon seit über 10. Wie ihr sehen könnt, sind wir in einer wunderschönen Umgebung nach dem Speere. Wir haben die Sonne, wir sind neben dem Wald. Es ist eigentlich immer ruhig, aber am allerschönsten ist immer noch unser Blick auf den See. Als Alternative zu dem Essen in der Kantine kann man sich auch was hierher bestellen. Oder man nimmt sein eigenes Essen mit, kann es hier genießen oder nachmittags kann man hier auch gemeinsam arbeiten. Und wenn man gerade nicht gemeinsam arbeitet oder isst, hat man hier auch einen schönen Ort, sich zu entspannen. Wir sind ja ein sozialwissenschaftliches Gymnasium, das heißt wir haben PPS als Hauptfach. PPS bedeutet Pädagogik und Psychologie und im PPS lernt man nicht nur Sachen für die Schule, sondern auch ganz viel für den Alltag. Zum Beispiel lernt man sich selbst besser zu verstehen und auch andere Menschen im Umfeld und vor allem bekommt man eine ganz neue Perspektive von der Welt. So, das hier ist die Lernlandschaft. Hier könnt ihr euch quasi zurückziehen und lernen und auch Personen vorzubereiten. Es ist eine mega entspannte Arbeitsatmosphäre, einfach jeder super ruhig ist und wie gesagt, der Weib ist einfach super gemütlich. Die Lernlandschaft ist ein Ort, an dem wir freie Lernzeit haben. Das heißt, anstatt an einem Dienstag, dass wir Mathe, Deutsch, Englisch haben, können wir uns einfach für Klausuren oder für GFS vorbereiten. Somit trennen wir auch ganz strukturell Schule von Freizeit und haben somit auch mehr Zeit für uns selber. Bei uns am ESG gibt es keine Hausaufgaben. Am Ende vom Schultag können wir unser Schulzeug in unseren persönlichen Fächern lassen. Wir haben was ganz Besonderes auf unserer Schule. Das nennt sich Coaching. Für die drei Jahre bekommen wir einen Coach zugeteilt. Das sind fürs Coaching ausgebildete Lehrer aus unserer Schule. Sie helfen uns dabei, die richtigen Lernstrategien zu finden. Und da es sich um ein vertrauliches Gespräch unter vier Augen handelt, können auch private Sorgen und Probleme jederzeit angesprochen werden. Musik 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 Musik